Mahlzeit und herzlich willkommen zurück bei CyberGamesTube bei einer weiteren Folge Rocket League mit einer komischen Stimme im Hintergrund, die Hallo sagt und zwar mit Kevin. Ja, heute mit der Sicht aus Guido. Aus Guidos Kopf. Die Sicht aus mir, genau. Ja, wir fangen einfach mal gleich an zu suchen. Wir sind genau da, wo wir letztens aufgestellt haben. Genau. Und, naja, gucken, wie sich das so entwickelt. Achso, wir fahren, by the way, in den Twinsa. Twinsa. Ja, das werden die meisten wahrscheinlich wissen, was das von dem Moped ist. Okay, naja, gut. Ja. Im Hauptmenü gerade zu sehen, ich der Blaue, Kevin der Rote. Genau. Aber das seht ihr ja jetzt. Obwohl Kevin ist jetzt nicht der Rote und ich der Blaue. Aber man sieht es ja trotzdem. Eine Diegles und eine Fade. Boah. Boah. Wir schießen uns die Scheiße jetzt schon um die Ohren, oder? Ja, in den ersten paar Sekunden. Ja, in den ersten paar Sekunden. Mit ihm habe ich schon mal weggekickt. Ja, und den Ball scharf gemacht. Ja, ich habe bestimmt ein bisschen schärfer rausgenommen, wenn er alleine ran gekommen wäre. Jetzt vielleicht? Prinzipiell schon. Ja. Oh, er hat mich weggehauen. Aber gut, okay. Alles klar. Das wirst du niemals, Alter. Scheiße. Scheißen. Oh, nee. Da habe ich gedacht, dass du rankommst. Ja, muss ich ein Stück anheben. Aber wie oft kommt er noch ran, ne? Also, wie gut kann er das schon, das Erdwürbling hier weg? Okay, war ja nicht mal 1C gerade. War ja bloß eine Rolle. Oh. Da war ein Anschluss, ja, Mann. Oh, ey, der drückt mich immer noch. Ich kann gar nicht erst hinterher springen, sorry. Gar nicht versuchen. Oh, was, ey? Mann. Wenn sie mal nicht am Backboard spielen. Was los? Ja, ich dachte, er spielt noch am Backboard, oder? Na, kannst du mal ran... Ja, wohl. Hat er irgendwie kurz... Ja, Lex würde ich nicht sagen, aber... Kurz vorm Abschluss hatte ich irgendwie... Fram-Einbrüche. Aber mehr als zwei, glaube ich. Ah, okay. In letzter Folge, wo es zwei hattest. Und der jetzt schon völlig das Wurzelschakra durcheinander haut. Nächste, bringt er die hinauf vor dem Tor runter. Wurzelschakra. Die aber auch. Hüms, 2-2. Fertig. Ja, fertig. Verlängerung, 9 Minuten. Na. Mach ruhig. Ah, schade. Als der Ball so ankam, dachte ich, du könntest vielleicht... Nochmal mit die Nase darin halten. Du kommst doch nicht ran, Mann, doch. Oh, schön geblockt. Er fährt von der falschen Seite, erhebt ihn hier. Erhebt ihn hier nicht. Lässt den 100 da liegen. Zack. Ja, den kann ich nicht anfangen. Oh, komm der noch mal ran. Ja, schade. Oh. Schön. Schade. Schade. Schade ey, der wär ja schon hart gekommst. Hab mich auch ein bisschen verwundert. Wieso will ich miteinander reinfahren? War ich zu spät. Hat doch auch gern schon die Zürichard, die überhaupt soll. Aber bei dem stand. Ja. Boah, schubst den da weg. Sinn. Krieg ne, kann ich nicht mehr anfangen. Ich fahr. Nichts so schnell. Man. Schade. Ja. Ja. Schön. Jawoll. Ja, feuert erstmal den Kontrolllase quer durch den Raum. Ne, das war meine Hand offen. Der Klang aber eklig auch. Ja. Nicht übersteuert, sondern doch vielleicht Mikrofon. Statt Übertragung. Ganz schön. Api. Api. Was? Wie beim Tennis hier. Ah. Ja. Hier. Aber ich fliege ihn dann durch die Gegend. Du musst ihn irgendwie machen. Sehr schön. Keine Ahnung, was passiert ist. Also noch weniger hätte man nicht touchen können. Oh, oh, ey. Mit dem Arsch bloß. Ja. Mir die Fresse, ey. Hei. Was, wenn der Bart doll nachwächst. Den juckt es wieder. Oh. Oh, schön bräulich. Ja. Kaum 13 Sekunden jetzt noch. Beton anrühren. Hätte ich auch gleich frontal hochfliegen können, aber. Ah. Die können gut Anstöße. Hm. Schön. Man muss gar nicht gut Anstöße können. Ne. Nur echt schlecht. Ja. Na, schade. Ach. Ist doch nun real. Aber das ist doch, wenn die Sound aus ist, so halt das Winner-Ding aus ist, ne? Ja, stimmt. Die sind. Die sind komisch. Was? Was? Was ist aus? Die sind die so gewesen? Ich bin sie nicht. Oh, yeah. Die Perla-Joyes. Yeah. Ich höre das so oft. Aber ich kann es nicht nachmachen. Ja, geht doch. Nein, diese Banjo war ja nur beim, äh. Bei der Hinterwäldler-Arena, ne? Na, bei, bei, das was so ein bisschen von Mad Max ist, ne? Das, äh, diese... Nein. Die Hinterwäldler-Arena, wo du in der Farben bist. Ach so. Ja, ja. Das siehst du ja auch grad mit Farben. Ach so. Gib mal die gleichen nochmal. Oh, das haben wir auch echt selten. Ja, das passiert uns echt. Und wir haben grad gewonnen. Also wissen wir genau, wer jetzt gewinnt und verliert. Ja. Weil der Controller einen großen Bruder eben hat. Ja, genau. Wir haben uns mit Rücken. Wir haben uns mit Rücken. Ja, die haben uns grad. Let's go, Alter. Hihii. Scheißdreck. Schön. Wird schon mal rausgekratzt. Mann. Bleibt mir schon in den ersten 5 Sekunden im Herz hier stehen, Junge. Ich muss die Batterie aufladen, von dem Herz-Rück-Macher. Ich musste die auf deinen NFC-Schip legen. Auf meinen hier fiel vom... Ja? Mach ich. Ja. Ja. Na. Ah, nie. Nee, komm nicht. Doch? Scheiße. Doch? Naja, ich sag nicht doch noch. Meine Brille ist doch nicht dreckig. Zu jetzt. Was zu jetzt? Na, ein cooler Anstoß. Tatsache. Ihr hebt ihn wieder schön vor. Hm. Ich muss zurück. Aber bloß 36. Huh. Schieb wie landet. Bist du gleich? Wo bist du? Nee, ja, nee. Kann ich nicht. Wenn man das nie auf Tore schießen will. Ach, Eckhardt. Wollt gerade so schön umdrehen. Lohnt sich gar nicht. Sehr schön. Oh nee, er fällt ja auch schon hin. Oh, okay. Nee, ich bin doch erst gerade gelandet. Ah, scheißen Dreck. Sonst kriegst du die immer schön einschnitten. Ja. Wirklich jetzt. Ja, ja. Hab ich Zeit? Nee, hab ich nicht. Was finde ich dir das schon gesagt? Ich hab's nicht gemacht. Ist es bei? Nee, er geht selber rein. Nee, doch nicht. Dreck, fahr nach hinten. Ja, fahr mal bitte nach hinten. Ja, ist aber nicht schlimm. Ja, schön hinten spielt. Ja, eigentlich sollte das ein bisschen mittig. Nach hinten war nicht mehr in der Absicht. Boah, kacke. Soll ich da noch rumstehen, ne? Nee, nee, deswegen gar nicht mehr. Oh, egal. Ich hab' nicht verstanden. Bist du zu schnell wie jetzt? Ich dachte, du kriegst ihn gleich nochmal und die andere nicht. Nee, ich hab' bloß 12. Ja, sehr schön. Ja, genau wissen, wie alt du bist. Oh, oh, da kam ich doch schon. Aber war zu spät. Die fahren sich hier selber in die Carré, aber es ist passiert. In die Carré. Scheiße, Mann. Was ist denn da nun wieder passiert? Er hat's mal abgeräumt. Leer gemacht das Tor. Scheiße, jetzt. Aber mal. Oh. Alter, kriegt er auf Tor, ne? Naja. Naja, aber. Grobe Richtung. Die Daten schaffen nicht mehr, der... Ja. Ah, schade. Naja, gut, okay, der war auf... Ein einfacher, dankbarer Ball. Ein Wattwart? Dankbarer Ball. Klang komisch gerade, der kam irgendwie falsch bei mir an. Achso. Huh. Oh. Ah, der Pfosten hat den gerettet. Wie gerettet? Vielleicht wollte ich gerne durchfliegen. Nehm ich. Ja, soll's auch. Fahrer zurück. Mich. Glaub ich mal alle Boosts hier und dann stell ich mir hinten an. Ach, hätte ich vielleicht kurz boosten sollen. Wieder eben alles boost aus. Ja, ich hatte gerade noch 100 aufgesammelt. Hätte ich vielleicht vorher boosten sollen. Kurz. Zuglos noch. Oh, wenn die mir den wegholen. Oh, ich bin ja immer noch drin. Wie, bei denen im Tor? Ja, jetzt nicht mehr. Ich bin mal drin. Binn. Oh, geht noch was mehr. Schade. War der an? Schaden. Keiner aus mehr. Hab der jetzt weg höher gewesen. Scheiße. Wie gesagt, ne? Erste Eben war? Ja. Zweite verlieren wir. Bitte verlieren wir. Zwar war das beim letzten Mal andersrum, aber da warten uns nicht die gleichen Gegner. Bei den gleichen Gegner als immer, wenn wir das erste Mal verlieren und nämlich kriegen sie nochmal, dann evinnen wir. Wenn die das erste Mal evinnen, dann kriegen sie okay, evinnen wir. Ja, und das ist manchmal richtig derb. Also manchmal geben die auf, wenn wir 6-0 führen und dann kriegen wir sie beim nächsten Mal und dann kriegen wir richtig die Packung. Keine Ahnung oder andere. Ja. Ich wüsste doch nicht. Vielleicht sind doch alles Bots. Vielleicht sind wir die einzigen B, die das Spiel noch spielen. Genau, sind alles bloß Bots. Das ist alles programmiert und abgekapert. Ja. Gut. 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 Wir danken euch für das Zusehen. Yes. Vielen Dank. Hoffen wir Weihnachtsmann war fleißig gewesen und verbringt auch schöne Weihnachtstage mit eurem Liebsten, ne? Tschüss. Will die hauen. Tschüss. 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 Tschüss.